Musik Das ist Voraussetzung für die Weihnachtsstimmung. Das ist ein Kick-off-Meeting heute für Weihnachten. Ohne diesen Weihnachtsmarkt ist Weihnachten für mich fast nicht präsent. Es war ein Desaster in der Corona-Zeit, wie er ausfallen musste. Aber ich bin sehr, sehr froh. Ich komme jedes Jahr her, bin ein Nürnberger und bin auch jedes Jahr auf der Eröffnung. Das geht nicht ohne.